Hallo ihr Lieben! Ja, willkommen zum neuen Video von mir. Ja, ich habe ein Craft-Update. Ich habe nämlich die Wochen, äh nicht die Wochen, nicht die Wochen, die Tage reinge... Also ich habe ordentlich gebastelt in den letzten Tagen, heute auch. Ich habe jetzt die Umschläge fertig, das heißt, die Umschläge sind leer. Und was ich, ich habe hauptsächlich wieder Goodiebergs gebastelt, diese Goodiebergs, da ich bin die, ich habe mir so, was heißt, ich habe mir so, ich habe ganz viele Goodiebergs gebastelt. Die will ich euch zeigen. Das heißt, viele sind, glaube ich, in so ein Zehnstel. Einmal diesen. Oben kennt ihr immer von mir. Und mit Hunden, die so. Den. Die Papiere, davon habe ich auch noch den Block, denn ein Block, ich habe mir recht, zwei in Amerika. Ist aus dieser Kollektion von Black. Und den Preis kann ich euch auch sagen. 75 Cent. Ja. Also, wir haben zwar kein Black, aber die, die hat sie verkauft. Und vom Black. Genau. Diesen. Und die Ranke, was ihr da umseht, das ist die hier. Genau. Ich bin momentan an Material und so. Was heißt entsorgen. Material aufbrauchen. Diesen. Das sind übrigens diese kleine Stipperbogen von Teddy. Ihr wisst ja, wo immer drei, vier, vier Stück immer drin sind. Und das ist. Und die habe ich mal langsam aufgebraucht. Das ist der. Äh. Und wie kommen die auch? Genau. Ja. Die hier. Mit Herzen. Und der letzte. Ja. Ja. Ja, meine Lieben. Das war ein Quarterdate. ich hoffe das hat euch gefallen und zunächst kraft erdeckt wenn ich ein paar von den letzten gemacht habe ich sie da wird jetzt so richtig gebastelt weil dieser schrank ist voll mit ja ich sag dann bis zum nächsten mal